Tschüss! Oh, das war was. Das ist episch. Ja, richtig episch. Ja, okay. Hallo und herzlich willkommen hier bei Hunger Games für Land of Clans. Das wird jetzt hier das offizielle Ankündigungsvideo mit ganz vielen Leuten, die alle dann später auch mitmachen und noch mehr, die jetzt heute leider nicht dabei sein können. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal an, dass sich jetzt hier alle vorstellen und wir fangen jetzt mal an mit dem Lerundo. Zu wem gehörst du denn? Ja, na, ich gehöre zu dir, aber so schwer ist es leider gar nicht. Also mit zu BBK-Let's Play. So, dann der Beefy-Player. Wo gehört der denn hin? Ja, ich gehöre zu den Instant Gamers mit dem Christian zusammen. Sag mal hallo. Ja, moin. Und der Christian heißt hier hier MC-Se-Alles-Wisser im Spiel. MC-Alles-Wisser. Genau. Wenn er alles weiß über Minecraft. Ich bin die große Beefy. Yo, Beefy-Player, genau. Ähm, der Dave-77. Hallo. Ähm, ich gehöre zu dem Team der Lachse. Der... Der Pink-Fight. Wuhu! Ja, dann haben wir noch den Crafter-L. Hallo. Hallo. Ich gehöre zu Usual-Game und seit 12. Okay, dann den Lese-König. Hallo. Darf man eigentlich König sagen oder muss man da eh nicht sagen? Nein, König ist okay. Okay. Dann der Sefko, 1993. Ähm, ich gehöre. Hallo. Ich gehöre zu Team PPK. Ah, sehr gut. Mit bei uns. Cooler. Wieder mal ein Cooler hier dabei. Wieder mal ein Cooler mit dabei. So, dann haben wir noch den Sinucorporus. Bin unwichtig. Er ist unwichtig. Okay, dann machen wir gleich weiter mit dem Anti-Zock. Ja, also ich gehöre auch zu den Lachsen. Wir sind hier am Lachsen. Ja. Mit dem, äh, Dave und dem Pink. Sorry. Okay, den Pink-Fight. Der ist gleich als nächstes dran. Ja, ich bin einer der geilen Lachse. Ich bin Pink und der Verrückt aus dem Team. So, dann der... MRJ Phileas. Der ist kein YouTuber und ich glaube, der ist auch nicht aktiv in der Konfi, oder? Nee, nicht wirklich. Okay, sieht nicht so aus. Dann der MrGalaxy99. Ich bin Forever Alone. Forever Alone. Und der Freaky. Ja, ich bin vom Team DTX und außer mir ist keiner aus meinem Team online. Das ist schade. Ja. So, bevor wir jetzt hier in die Arena gehen, würde ich sagen, gehen wir erstmal... suchen wir uns alle erstmal einen schönen Team-Speak-Channel. Ja. Also wie gesagt, wer alleine in dem Team ist, der kann irgendwo anders hin mitgehen. Vicky kommt zu uns. Ja, ich komme zu euch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Und hallo, hier sind wir wieder. Wir sind schon Game starting at 50. Wir sehen nur ganz wenig Leute, das wird sich aber noch ändern, wenn es dann denn losgeht. 40. Ja. Du siehst nämlich immer nur die, die schon drin waren. Ja. Aber sobald das losgeht, sind die dann eigentlich auch da. Ja. Machen wir das jetzt so, rennen wir auf die Kisten oder rennen wir weg? Also ich sag mal so. Ich renne nicht in die Mitte. Okay, dann rennen wir weg. Dann laufe ich hinterher. Okay. Ich muss nur nach hinten laufen. Hier hinter mir steht ne Kiste, das ist schön. Ja, ich komme dann zu dir. Weil mir steht auch ne Kiste hinter mir. Soll ich die mir holen? Oder? Ja, kannst du. Probier's ja. Wo treffen wir uns? Wo treffen wir uns? Soll ich ihn mir holen? Na gut, die kennen alle die Karte nicht. Also wo wir uns treffen, das hilft nur uns beiden. Also da ist jetzt irgendein so ein weißes Segel. 5, 4, 3, 2, 1, los. Ich hab eine Steinachst. Ich hab Rüstung. Ich hab den Lerundo und den BWK. Ich renne euch hinterher einfach mal. Sehr gut. Run! Ich bin hinter BWK jetzt. Ja, sehr gut. Ich bin schon ein Stück voraus. Run! In Hafen, in Hafen, in Hafen, in Hafen, in Hafen. In Hafen. Gut. Kennt jemand von euch die Map gut, ne oder? Ja, wir haben die gebaut. Klar kennen wir die, wir haben die gebaut. Ich hoffe, dass die Steller die Map kennen. Dann geh ich mal auf die Schiffe. Nein, da ist ein Schatz. In den Schiffen ist auch ein bisschen was, ja. Dann geh hier mal in dieses Haus mit dir ganz viel Note-Klopfen. Ich bin jetzt hier gerade mal im... Lol, jetzt. Im Pantor, oder wie das heißt. Lol, lol. Ich hab zwei Eisenbahnen und nen Stock. Ich hab ein Eisenschwert. Ich hab ne Steinschaufel und ne Lederhose. Ich hab auch noch nix zu essen. Ja, ich hab... Eigentlich die Grace-Period schon vorbei? Nee, ich hab da. Hier ist ne leere Kiste, ne? Ja, ich hab Essen und ein Holz... Naja, was... Ja, ich hab ein bisschen Essen. Können wir auch noch einen von mir aus. Eine Holz-Axt, ein Stock und Kettenstiefel. Eine Waffe wär mal gut für mich. Yo, das ist ja was. Ich hab... Ich hab einen Stock. Ähm, Stef, du brauchst ne Waffe. Ja. Schwert oder Axt? Was magst du lieber? Steinschwert? Eigentlich Schwert, aber wie du willst. Ja, okay. Okay, wo ging's jetzt hier runter? Wo wollen wir dann nach hin? Ich hab noch ein Holz-Schwert für irgendjemanden, falls jemand noch braucht. Ich hab ne, ähm, ne Holz-Axt und ne Steinschaufel, aber die Holz-Axt ist besser. Kommen wir alle zu diesem Schiff oder wo seid ihr? Zu welchem Schiff? Hier sind drei Schiffe. Aller oben. Ja, ich seh... Da, da seid ihr. Ja, ja. Also zieh dir doch noch ein, wenn du schon ausgerüstet bist, ey. Wartet, wartet, wartet. Hier, wer braucht ein Holz-Schwert? Holz-Schwert, irgendwer? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hätte noch ne Kettenhaube und ein Holz-Schwert im Angebot. Danke. Nee, ich hatte echt Glück jetzt. So, wohin wollen wir weitergehen? Wollen wir dann außen an der Küste langgehen? Ja, okay. Ich hab hier erstmal noch... Ich muss hier erstmal ein bisschen noch lupen. Boah, ich hab Pilze. Gut. Ich hab... Ich hab eine Schale. Einfach mal außen an der... Du hast eine Schale? Ja, ich hab die noch. Dann hier, ach so, ähm... Ich hab vier Pilze... Eigentlich schon irgendwer tot. Wie kann ich denn die... Die, ähm... Zusammen machen? Da ist die Schale ins Krabbelfeld und... Denkst du dann schon... So ein komisches... Ich krieg die Pilze da nicht rein. Du brauchst aber von beiden Pilzen einen, ne? Ja, ich glaube auch. Ich hab... Ich hab... Ich hab einen roten und einen braunen. Ja, dann... Gut. Und das beides zweimal. Hehehehe. So. Wohin? Einfach an der Küste lang? Ja. Ich glaube hier irgendwie hier drunter oder sowas war noch eine irgendwo. Eine. Ach ne... Ohhhh... Der zieht sich in die Luft. Lerundo, Lerundo, zwei Pilze. Da. Zwei Pilze. Her damit. Gut, weiter geht's. Hat jemand einen Bogen? Ich hab auch einen Pfeil. Ja, ich hab einen Bogen. Ich hab einen Bogen. Get mit dem Pfeil. Ist hier am Wasser auch was? Ne, genau. Es gibt eine Trunewasser. Da ist eine Kiste im Wasser. Ihr habt nicht zufällig irgendwo ein Schwert was über, oder? Eine Eisenschaufel hätte ich. Eine Eisenschaufel, wenn du willst. Oh, jetzt, was findest du drin? Boah, Alter, wo ist die Kiste? Ich habe einen Kuchen für uns. Gut, komm mal wieder an Land. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ich hätte auch einen Goldflokas, wenn wir da was haben. Ich habe einen Kuchen für uns, der Oberst. Jetzt doch nicht. Aber ich habe auch einen Stock. Lerundo, 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 ich habe einen Goldschwert für dich. Oh, 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 oh. Ist nur so gut wie ein Goldschwert, aber egal. No, ich habe einen Stammfeld gehabt. Ah, der sieht voll episch aus in dem Picture-Pack hier. Gut, weitergehen hier die Straße rein oder so? Ich habe einen Kuchen, ja. Ja, im Moment geht's noch. Ich werde mal einen hohen Tisch kurz essen. No, ich habe gerade voll die Stammfeld gehabt. Wir gehen hier weiter, hier links, hier links. Hier links, okay. Kommst du mit? Kommst du mit? Ja, ich musste kurz das Hexteck mal raus machen, weil irgendwie... Okay. Aber ich habe eben zwei Stammbilder. Hier in den Gärten sind auch irgendwo Truhen. Hier ist eine. Oh, ja, 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 wer hat denn... Was? Hühner? Kannst du die töten, ja? Ja, da hat die Truhe da oben weggenommen. Wir brauchen eine Kettenhose. Ähm... Hier, Sefko, 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 Sefko. Brauchst du eine Hose? Ich denke mal, gibt das hier mit dem anderen. Zack. Ich habe jetzt zwei Eisen-Sachen. Okay. Haha. Ähm, wer hat denn einen Stock? Irgendwer hat ja doch einen Stock. Ich habe einen Stock. Wo bist du? Kommst du mal zu den Gärten wieder? Wo bist denn du jetzt? Ja, ähm, bei dem Garten. Hier hinten. Ich komme wieder auf die Straße hier vorne. Ich habe nämlich zwei Eisenbahnen. Hier? Hier, 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 Triumph. Hier? Soll ich? Okay, aber ich habe keinen Crafting-Table. Ähm, Alter, ich habe ein übelstes Inventar. Ähm, wer braucht Lederharnig und Lederstiefel? Hast du irgendwelche Schuhe? Ähm, Stiefel würde ich nehmen. Hier ist ein Stiefel. Hier hat der Max, hier ist der Karin Diebar. Ich jetzt noch mal Hosen. Brauch noch mehr Hosen. Galaxie brauchst du einen Brustteil. Ähm, glaube ja. Hier, Sefko, du hast noch keine Hosen. Da liegt eins, da liegt eins. Wir haben noch gar keine getötet hier. Gut, lass erstmal ein bisschen. Lass mal weitergehen? Ja, genau. Lalalala, Alter, das ist ein Vierer-Team, das ist so böse. Ich meine, ich super kurz schnappeln. Gibt es das einzige Vierer-Team oder gibt es noch mehr? Ich weiß es nicht. Warte, ich habe gerade nicht geschaut. Äh, es gibt einen Dreier noch, noch einen Dreier und einen Zweier. Okay. War hier nicht dieser, ähm... Los, kommt mit. Weiter geht's. Hier in den Häusern sind überall Truhen eigentlich theoretisch. Ah, hier ist noch eine Truhe drin. Hat jemand was zu messen, oder? Ja, hier. Wo bist du? Ich hätte verrottet das Fleisch. Mr. Galaxie, kommst du mit? Okay. Lol, ich habe eben gestanden. Hast du die Mod schon installiert? Nee. Ich habe schon gar keinen Mod. Ich bin mir nur auf den Schildern und auf den Schildern und auf den Schildern. Den hier drüben, weiter. Also. Geht's, oder? Ja, dann lass ich das da, weil bei mir okay. Ja, ja. Mach mal. Jeden war eine Kiste. Ich hab's gesehen. Jeden ist einer. Einer? Wo ist jemand? Oh, in eine Pilzsuppe. Gefüllt. Wo ist jemand? Wo ist jemand? Irgendwo... Irgendwo... Wer hat gesagt, da ist irgendwo jemand? Nee, da war eine Kiste. Ach so. Ähm, lass mal zusammenbleiben. Wer fehlt noch? Wer fehlt mir jetzt hier noch? Mr. Galaxie hat irgendwie Chunk-Errors, oder so. Ich hab ein FPS die ganze Zeit. Ein FPS? Oh. Okay. Okay. Arno, läuft bei dir. Guck mal hier kurz in das Haus. Flapper beim Galaxie. So, und ich hab keine Ahnung warum. Ich glaub schon mal 55 Euro drauf sind. Da unten ist ein Trupp. Die hab ich nicht. Oh, die ist leer. Alter, ich brauch hier dringend meine Crafting. Bei mich. Äh, wir können zurück zum Hafen gehen. Da sind welche. Mhm. Hast du das mal noch? Bei Gold? Bei Gold? Ich hab noch eine Goldbahn, ja. Ich hab noch zwei rote Pilze. Bekommen gerade. Ich hab rote Pilze. Äh, rote, ja. Wer damit? Und dann nochmal jemand die leere Schale? Stefko? Hier. Dann kriegst du gleich wieder eine gefüllt. Ja. Irgendwie sollten wir so langsam mal Gegner suchen, oder? Ja, so langsam... Also ich weiß nicht, ich bin relativ... So. Dann lass jetzt zum Hafen zurück gehen, wenn du eine Craftingbox brauchst für das Schwert. Ja. Ich hab einen Pfeil. Mag, wie sieht's denn mit Essen bei dir aus? Ich hab einen rohen Fisch und einen gebratenen Fisch. Und vier verrottetes Fleisch. Ja. Jetzt kann ich ja fragen, darf man das abbauen? Äh, ich weiß nicht, was willst du abbauen? Ja. Ja. Gerauten und... Äh, geht nicht. Aber das geht ja nicht. Okay. Aber Galaxy, du kannst ja ein bisschen mitreden jetzt. Wir hören dich ja, ne? Du kannst uns jetzt unterhalten. Slash-SG-Lehrzeichen-Spec-Tate-Lehrzeichen-Eins. So, da geht's ja auch. Ähm, gut, da kann's gehen. So, okay. So, und jetzt suchen wir schon mal. Ja, wir sind gleich am Hafen wieder. Ja. Gut. Ich... Ich... Warte, hier kommt man auch irgendwie rein, oder? Nee, scheiße, hier kommt man gar nicht rein. Vielleicht eine Runde oder zwei? Zwei, denke ich mal. Auch wenn es läuft. Also, erstmal eine, aber... Weißt du, erstmal eine, aber... Also, wir können ruhig... Es geht halt schnell. Erstmal gewinnen wir die erste, dann die zweite. Warte, ich hab hier ein Crafting. Hab ich gerade meine Sachen mitgenommen? Der Niederlärm. Nee, die sind nicht getroppt. So, ich hab jetzt ein Eisenschwert. Gut. Wo sind die ganzen Gegner? Wo, das Gold, bitte? Das Gold? Also, die Fail. Ich verliere beim Spectaten Hungerkeulen. Das liegt... Soll die Spectaten? Hier fliegt einer. Ah, reicht nicht, drei Gold. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ich hab euch verloren. Hier. Hier. Ah, da. Okay. Ähm, so. Wo waren wir denn hin? Äh, keine Ahnung. Das Gegner, das fühl ich nicht. Lass mal, ähm, voll aggressiv... Warte mal, ich muss noch was essen. Wollen wir mal richtig auf den großen Platz gehen? Wir gehen auf den großen Platz. Wir gehen auf den großen Platz. Wir gehen einfach. Ja, voll frei. Na, aber gut. Was brauchst du? Man kann das Feuerzeug nicht nutzen, sagt Anti-Zock. Eigentlich schon. Ich hab das extra vorhin noch eingestellt. Dachte ich. Oh, hier ist eine Kiste mitten auf dem Platz. Die ist bestimmt schon leer. Die hat ich eingestellt. Also, seid ihr beim Hafen oder bei... Ne, wir sind jetzt bei der Kirche. Am Hafen. Ne, bei der Kirche am Hafen. Da ist auch noch eine Kiste mitten auf dem Platz. Oh, meine Frames wieder auf 30 abgestürzt gerade. Aber geht mal besser. Besser, besser, besser. Jetzt wieder auf 60. 35? Ne, ist leer. Wo sind denn die ganzen Gegner? Ja, okay. Ich find auch keiner. Na, das ist ne große Map. Wir sollten auf jeden Fall zusammenbleiben. Lass mal, ähm, Richtung Friedhof. Richtung Friedhof. Ah, da würde ich jetzt nicht... So. Nochmal reingucken. Ewig bleiben. Wir können nochmal hier in die Kanalisa... Warte mal, hier ist irgendwo eine Truhe irgendwo da. Hier war noch gar keine. Braucht noch jemand ne Lederhose? Ähm, ich hab ne Lederhose. Dann nehm ich sie. Okay. Zack. Ja, ich hab zwei Getreide, die bringen mir grad gar nix. Ähm... Ich hab vier gerade. Bei der ersten Nacht... Jetzt kommen bald... Lass mal zurück zum Hafen gehen. Jetzt kommt gleich, ähm... Jetzt werden gleich die Küsten wieder aufgefüllt. Oh. Bei der ersten Nacht. Okay. Aber wir müssen nicht unbedingt sprinten. Wir haben hier auf dem Platz relativ viel Freiraum, weil wir sehen ja auch wo. Ja, und so spornen wir essen und alles. Genau. Ich würd gern mal wen sehen, wir haben noch gar keinen getötet hier. Oh, übelstes Dreierteam hier. Galaxi, bist du da? Ja, ich bin da, aber ich find euch nicht. Ich flieg die ganze Zeit hier rum, aber... Wir gehen jetzt wieder zum Hafen. Ja. Zum Hafen. Also da, wo wir am Anfang waren bei den drei Booten. Ja. Da, da sind wir gleich, genau. Wenn du da landeinwärts fliegst, kommt gleich so ne relativ große Kirche. Wir sind grad zwischen Kirche und... Ich glaube hier ist einer. Hier ist ähm... Mr. Dotfields oder so. Okay. So, sind die jetzt wieder aufgefüllt, oder? Ich weiß es nicht, ob die jetzt schon sind. Probiert mal. Aber wir können mal hier hochgehen. Eigentlich kommt da ne... Da kommt eigentlich ne ne Nachricht. Stand das jetzt schon irgendwo? Ne, stand noch nicht. Aber eigentlich... Ich glaub ich hab eine Runde gefunden. Ich bin der Runde, ja. So, ich bin jetzt grad hier im Haus da. Ja, hier ist schon eine Runde. Vielleicht wär ich euch mal. Bist du hochgegangen? Ja, ich bin jetzt ganz oben. Weil hier oben sind nämlich ähm... engen Kisten dran. Und da werd ich ja wissen, weil die hab ich ja ausgefallen. Ja, die ist noch leer. Ah, ich hab hier die Kabel mehr auf dem Skin. Was? Hab ich Skin oder hab ich keinen Skin? Dort ist Freund bei mir ganz schön. Okay. Ich hab aber einen Skin. Das ist schön. Chest restocked. Chest restocked. Chest restocked. Chest restocked. So. Oh, ein Diamanten, Diamanten, Diamanten. Uhuhuhu. Kannste auf Gegner werfen. Ich hab nen Fisch und ne Kettenhose. Kettenhose. Also, es ist extra ein Fisch. Cookies. Oh, ein Goldschwert. Kannst du essen. Ich glaub die meisten spielen jetzt in der Mitte. Brauch jemanden? Hier, ich hab noch nen Goldschwert, wenn du das möchtest. Dein Goldschwert. Wie vier Eingriff hat denn das? Vier, wie's Goldschwert auch. Okay, dann kriegst du mal noch das Goldschwert dazu. Dann lass mal noch runter gehen zu den anderen... Oh, hier sind noch drei verrottetes Fleisch. Dann lass mal noch mal unter den anderen Kisten gehen und danach zum Spawnen, ob wir da vielleicht jemanden finden. Ja. Also beim Spawnen kann man sich immer wieder gut auffüllen dann. Ja. Geh mal kurz aufs Schiff gucken. Ach, hier hinten sind übrigens auch Kisten. Komm mal mit, Sefko. Ich guck wieder in das Lagerhaus hier. Ist aber schüssig. Ist aber relativ mies. Hier ist eine drin. Und da, genau. Hey, ein Fisch. Oh, ich hab noch nen Stock. Zwei Feuersteine. Ich hätte fünf Weizen, einmal einen Eimer mit Lava und ja. Ich hab nen Wassereimer. Guck mal, ob sie die anmachen. Ich hab drei Stiefel hergestellt. Brauch jemand Goldstiefel? Mh-mh. 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 Also ich schätze jetzt da. Und ich hab noch ne Lederhose. Mh-mh. 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 Hätte ich auch noch im Angebot. Die hab ich an. Das ist so ein Hammer so langsam. Jeder hält? Ja. Mh-mh. Keine Ahnung. Ich guck nochmal auf das kleine Boot hier. Auf das ganz kleine. Aber ich wohne schon mal. Hier ist auch noch ne Piste. Mal gucken. Hier unten war auch noch irgendwo einer. Ja, da. Mh-mh. Eine Holzachs. Noch eine. Na toll. Mh-mh. 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 Mit einem Father können aber File herstellen. Meinen komm ich mal zu euch. Hier ist ne Craff Mh-mh. Mh-mh. Weil, ich hab einen Diamanten. Okay, weiter zurück zum spawnen? Mh-mh. Der Spawn. juga. Den Turm spawnen oder den Server spawnen? Beides. Ja, den beides. Ich muss sagen, diesen Turm, den haben wir nicht selbst gebaut. Da ist jemand in nem Haus links. Trof! Ich bin hinterher krafta-L. Nicht so schnell. Geh links rum. Okay, das war jetzt nicht so sinnvoll. Die sind weggelaufen. Ich mein, die Idee war ja gut. Ähm, das, ne. Crafter-L rennt selbst hinter einem her, ne? Doch, man kann Lava setzen. Also, ich hab's auch schon gemacht. Ihr habt ja gesehen, die Lava am Anfang war immer meine. Gut, kannst du mich mal verteidigen, Sefko? Oh, goldene Apfel. Alter, das Zeug, was der... Ich hab zwei Diamanten. Ich hab zwei Diamanten, ich hab zwei Diamanten, ich hab zwei Diamanten. Ich hab's doch gesagt. Hier, Sefko, hier. Da, bitte. Eisenschwert. Ja, warte, kriegst du einen Stock? Hier. Hier hast du einen Stock? Ne, zwei sogar. Okay, dann brauch ich jetzt... Hier unten sind Crafting-Tables. Ja, wir verteidigen dich hier oben. Wuhu! Alter. Ja. Wobei ich sagen muss, das war jetzt echt unfair, weil der hat auch versucht, Feuerzeug zu benutzen und das hat nicht funktioniert. Das scheint wirklich nicht zu gehen. Okay, aber eigentlich... Also, Lava-Eimer muss gehen. Gut. Vielleicht noch eine neue Pilzsuppe herstellen. Ich hab... Drei... Drei Goldwaren. Wieder mal. Hey, ihr seid Admins. Sorry. Ja, wir sind Admins. Trotzdem kannst du mir Schaden machen. Ja. Hallo? Hallo? Ich meine, schlag mich mal einmal, irgendwer. Einmal. Au, nicht ich. Ja, ich habe das mit einer Enderperne. Schlag mich mal einmal. Ja. Schlag mich mal nochmal. Mit dem Schwert. Okay, ne, ich krieg Schaden. Ich krieg Schaden. Hallo? Ja. Was ist denn los? So, ich dachte, wir werden nicht mehr... Gut, zurück zum Spawn. Achso. Jo, jetzt kommen wir zum Spawn. Alter, ich hab so viel, ich muss mal entleeren sogar. Oh, ja. Ist das Kettenhemd besser als das Goldhemd? Ne. So, Lerondeau... 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 Die gleiche Rüstung. Okay. Ne... Ne, er hat Eisenbeine. Ich hab... Ich hab Eisenbeine. So. Ich hab Kettenbeine. Bei Specs sieht das fast gleich aus. Ich hab übrigens jetzt auch einen Kuchen. Mhm. Oh, yeah. Ich hab jemanden getötet. Ich hab sogar vier Goldnuckles. Der hat relativ viel dabei. Jetzt weiter zum Spawn? Ich hätte auch noch vier Goldnuckles. Der hatte irgendwie auch Eisen. Habt ihr Eisen aufgenommen? Ja, ich hab ein Eisenbarn. Einen, okay. Aber wir haben jetzt eigentlich jeder ein Eisenschwert mindestens, oder? Joa, ich hab auch ein Steinschwert. Brauchst du ein Steinschwert? Nein, ich hab ein Diamantschwert. Na du, ja. Na du, du bist okay. Also jetzt nicht, du bist overpowered, das meine ich jetzt, ne? Mhm. Da, okay. Ja, ist alles klar. Ey, hier um den Tower drum rum sind auch extrem viele Kisten extra, damit halt der Start relativ einfach ist. Könnt ihr mal gucken, ob die Kisten in der Mitte noch sind? Ihr müsst nicht sprinten, ne? Okay, hier ist keiner. Oh, und hier sind Sachen. Steinschaufel, das brauchen wir mal Essen raus. Oh, ist Hübschwert. Zwei Eisenbarn. Hier ist noch ein Eisenhelm, hier, in der Kiste. Braucht man noch einen? Ne, wir haben alle einen Eisenhelm. Fehler. Vier Goldnuggets nochmal. Gib mir mal deine Goldnuggets. Braucht jemand einen goldenen Apfel? Oh, behalt den. Ich hab vier. Goldene Äpfel. Ja. Alter, geil. Wir haben einen für dich. Und, Sefko, du kriegst auch noch einen goldenen Apfel. Zack. Echt? Cool, danke. Ich kann mal sagen, wir haben die Chance, wenn wir es nicht einzeln anstellen. Federn? Max hat einen Bogen. Ja, ich hab einen Bogen. Hat jemand, ähm, 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 äh, 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 Feuerstein? Ja, zwei Stück und zwei Federn. Kannst du mir die mal geben? Nur die Feuersteine? Ich hätte vielleicht auch vier Feuersteine auf einmal. Habt ihr auch mal eine gegeben. Okay, danke. Dann könnte ich mir jetzt Pfeile machen. Ganz viele. Ja. Lerundo, ich sehe dich. Wer lebt noch eigentlich? Noch SGLIST. 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 ALIVE9. Also noch. Und DAT5. Okay, äh, ja. Okay, Bifi. Biki. Hallo. Wer ist jetzt uns beigetreten? Hallo. Also ich bin der Benni. Ah, okay. Okay. Ähm, los, weitergehen. Okay. So, komm, wir gehen mal in die Stadt rein. Oder zum, wir können auch mal zum Feld gehen. Wo ist denn jetzt unser dritter? Ach, hier, hier. Sorry, Leute. Ich hab was voll verpennt. Ja, kein Problem. Wir machen noch eine zweite Runde. Wenn du das möchtest, ja. Na klar. Du hast so viel verpasst. Schade. Wir sind übelst overpowered. Ja, manschwert getrafted. So, ich muss noch mal beigucken. Ich kann uns, es geht einfach nicht leben. Ja, okay. So, ähm. Zu den, na, wohin? Keine Ahnung. Einfach irgendwo langlaufen und hoffen, dass wir irgendwo einen Namen sehen. Na lass mal Richtung Feld und Friedhof und so in die Richtung. Oh, da ist eine Truhe. Überall Truhen. Ja. Also es kann keiner sagen, es sind nicht genug Truhen. Ne, also das ist wirklich ausreichend. Ich will mal hier runter. Okay. Achso, wenn ihr, seht ihr irgendwo ein, seht ihr irgendwo ein Crafting Table in irgendeinem Haus? Ja, hier bei mir. Bei mir hier im Haus unten. Ich bin mal jetzt. Unten? Ja, eine Etage runter. Okay. Ähm. Guckt sich aus. Ich habe noch zwei, zwei Eisenbahn. Hat noch jemand Eisenbahn? Oh, Lederkabel, wie sieht die denn aus? Ah, die gingen Pfeile. So gingen Pfeile. Ich habe jetzt 19 Pfeile. Kettenhemd ist besser als Gold, ne? Kettenhemd ist besser als Gold? Kettenhemd ist besser als Gold? Nein. Beide gleich gut. Gold? Ja. Ja. Hm. Wollen wir mal einen Kuchen essen? Übelste Rüstung. Wollen wir mal Kuchen essen? Also übelst viele. Ja, hier. Nein, man kann keinen Kuchen setzen. Scheiße. Ah, Mist. Ich muss mal ein bisschen aufräumen kurz. Bin die gerade Survival Games oder wirklich Hungry Games, wo man selbst craftet? Ne, Survival Games. Ach so. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, das ist mit den Begriffen, das habe ich ein bisschen verhauen. Hat jemand noch Eisenbahn von euch? Ein und drei Gold. Mhm. Und zwölf Nuggets. Ja. Ich hätte noch zwei Eisen, aber das brauchen wir noch nicht. Mach mal kurz die Nuggets hier zum Barren. Crafter L is now afk. So, wieder hochkommen. Oh, ich feiere diese Kanone, Alter. Oh, ich wünsche dir. Na gut, dann... No, hat er geschrieben. Okay, dann... Gehen wir hier. Da lang, ja. Einfach mitten aufs freie Feld. Warte... Ey, warte mal, lass mich mal... Oder lass... Geh du mal vor. Geh du mal vor. Wir folgen ihnen ein bisschen Abstand. Damit es erstmal so aussieht, als wäre er alleine. Und? Okay. Okay, hinterher. Leer. Wo seid ihr? Weiter dort drüber, hier lang. Zu der anderen Kiste erstmal. Okay, wir sind jetzt wieder auf dem Platz bei der Kirche, hinten am Arsch von der Kirche. Ich finde die Kirche irgendwie nicht. Die ist direkt hinterm Hafen. Die hat ein Kreuz oben drauf. Ja, großes Gebäude mit dem Kreuz oben drauf. Also wenn du... Hast du Minimap? Oh, Alter. Nein, Minimap. Was ist da drinnen? Ja. An dem kleinen Hafen mit dem Kleinstrum, oder? Genau da, direkt landeinwärts. Gut. Dort ist eine Kirche. Und rechts hinten von der Kirche sind wir. Da ist auch eine U-Bahn-Station. Aber die sieht man eigentlich nicht so unbedingt. Voll gemüllt. Ich habe jetzt zweimal Suppe. Okay. Ich habe auch einmal Suppe. Mal zu betten. Ich kann auch nochmal herstellen. Ähm, also hier sind diese Häuser mit den roten Dächern. Die haben alle rote Dächer. Hier ist es falsch, oder? Nee, äh, hast du die Kirche gefunden? Nee, ich sehe hier. Ich bin hier. Doch, doch. Hat die Kirche... Die Kirche hat kein rotes Dach, oder? Doch. Er hat so eine Kuppel oben. Ah, ja, okay. Jetzt sind wir gleich vorne an der Kirche. Mhm. Mal in die Kirche reingehen. Ähm, ich höre mal unter dem Löwen. Unter dem Löwen. Der Löwen, ja. Da sieht er schon. Hier übrigens das Gebäude, was dort außerhalb liegt, das ist eine Bibliothek. Bisschen Sightseeing. Hier oben drauf, okay. Friedhof? Friedhof? Äh, erstmal in die Kirche. Da sind auch einige. In die Kirche. Äh, da ist noch eine zwischen den, zwischen den, zwischen den Bäumen. In die Kirche? Das ist ja in der Kirche. Und dieses? Oh, zwei Pilze. Na gut, nehme ich mal mit. Welche Farbe? Äh, rot. Hm. Ich hätte ja noch vier von den anderen. Also, du seid jetzt in der Kirche? Wir sind jetzt in der Kirche. In der Mitte, da, wo der Eis ist und schallt gerade in die Mitte. Ich stehe jetzt vor der Kiste. Ich schreie nicht, ich laufe gemütlich. Da, hier war die Kiste? Hier ist noch nicht so, wo ich da vorstehe. Ah, toll. Leute! You're not spectating days. Hast du jetzt irgendwie geweckt, oder wie? Ja. Ich schreibe das. Guckst du in den Sitzbänken nach, da sind auch noch welche. Mhm. Guck rechts. Nee, nee nicht. So, jetzt... Oh, hier bestimmt hier oben. Wie geht's dann noch hoch hier hinten? Leer. Leer. Alles schon leer. Hm, die ma... Das dauert doch länger als ich dachte jetzt hier. So eine kleine Runde... Ja. Survival Games. Die Arena... Mir macht das irgendwie Angst, dass wir noch überhaupt keinen gesehen haben. Ja. Einen haben wir gesehen und ich hab... Ich hab ihn getötet. Ja, stimmt. Von dem hab ich den zweiten Diamanten bekommen. Hab ich schon wieder vergessen, Leute. Alles leer hier. Alles leer. Alles leer. Ja. Wo sind die? Okay. Ach nee, du bist... Du bist es da oben. Ich dachte grad, wow. Fein. Ja, ich war grad bei der Orgel. Ich komm wieder runter. Hm, okay. Okay. Dann... Hab ich euch grad beide verloren. Ich hab... Ich bin gleich unten am Altar. Ah, ich seh dich. Okay. Geh grad hinten Altar rum. Dann warten wir erstmal, bis der Lerundo wieder da ist. Ah, ich find die Kirche sieht mit den Shadern richtig genial aus. Ich hab... Ähm... Um das nochmal zu sagen, alle die meine Version gucken. Ich hab ein Texture Pack drin. Das dürft euch an ein gewisses Spiel erinnern. Und dieses Spiel heißt The Walking Dead. Eis. Texturen mit so schwarzen Rahmen drumrum. Sehr harte Kanten. Hier könnte man rausgehen. Hier, an der Seite. Irgendwie hab ich's nicht hinbekommen. Shaders zu installieren. Ne. Okay. Dann musst du dich mal mit dem Karin... Ja, eigentlich, ähm... Kannst mal gucken bei den Mods, wo die Mods... Warte mal, hier im Brunnen war doch auch was. Hier links. Jaja. Wo die ganze... Die Seite, wo die ganzen Mods stehen, die wir dann Feld of Clans haben werden. Oh, Fein. Ich hab jetzt 6 Federn. Kannst du mir die mal geben? Wobei eigentlich brauch ich die nicht. Ich hab 19 Pfeile. Guck mal runter. Alter. Ich hab auch noch eine, glaub ich. Ja, da unten müssen wir... Alter, ne große Truhe. Aber... Oh. Okay. Ich will mal auf dem Friedhof. Okay. Bist du denn schon tot, so? Du kannst mal Slash es gelist. Warte, ich guck mal. Warte. Ähm... Karahindieber, Mac, MC, sie alles wisser. Beefyplayer, der Freakies. Die machen bestimmt auch Team. Beefyplayer, MC, sie alles wisser. Oder... Die sind bestimmt... Wie kommt man nach... Wie kommt man unter den Friedhof? Lesekönig ist da unten. Lesekönig ist unten in der Gruppe. Ja. Ja. Bleib hier, Sefko. Oder warte. Ist der da unten in der Falle? Ja. Ja. Gibt's ne Falle? Ja, wir haben ne Falle. Gibt's ne Falle? Loll, da kommt man doch wieder hoch. Jetzt nicht mehr. Loll! Jetzt ist der Sefko da drinnen. Ja. Und jetzt? Egal, das was mir wird. Jetzt ist... ähm... Sefko... tot. Aber hier ist Lava, dann geht's schneller. Warte mal, konnte man nicht irgendwie... Irgendwelche Blöcke konnte man... Gab's nicht irgendwelche Blöcke, die man setzen konnte? So, wie komm ich jetzt wieder hoch? Ja, das ist ne Falle. Das ist... die ist zu, die Falle. Die ist zu, die Falle. Ja, und als Spectator? Komm ich jetzt auch nicht mehr raus. Du kannst höchstens gleich spawnen machen, oder ähm, dich zu uns teleportieren. Das ist so gut nicht. Scheiß, jetzt ist Sefko da drinnen in der Falle, die wir selber gebaut haben. Sefko, nein! Nein! Neiiiin! Lebendig begraben beim Herrn Gronkh. Das ist eine One-Way-Falle. Ich weiß gar nicht. Gibt's nicht irgendwelche Sachen, die man auch setzen konnte in den normalen? Könnte man irgendwie... Ich tritt mich jetzt einfach mit der Lava, die ich mit habe und gut ist. Okay. Yo. Dann mach das. Max? Ähm... Ne, nicht. Hahahaha! 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 Dann sind wir noch zu zweit. Boah, die Scheiße! Hahahaha! Okay, ähm... Okay, dann nicht wieder... Warte, hier war irgendwo noch eine Truhe. Hier übrigens, für alle, die jetzt bei uns noch zugucken, hier auf diesen ganzen Gräbern sind viele lustige Sprüche. Hm. Weiß nicht, kennt ihr das noch an euch beide jetzt? Im Radio ist ein Trecker und der macht Brumm, der Trecker macht Brumm, der Trecker macht Brumm und das Küken macht... Kennt ihr das? Einfach mal bei YouTube eingeben, das ist ein lustiges Werbelied aus dem Radio. Das Geileste bei unserem Team, wir werden nicht getötet, wir töten uns selber. Hahahaha! Die Chance vom Blitz getroffen zu werden, steht 1 zu 1 Million. Ich wusste schon immer, dass ich was besonderes bin. Aber wie war das... Wie war der Befehl nochmal für Spekteten? Slash SG, Leerzeichen, Spektate, Leerzeichen 1. Wie war das denn? Wie war das denn? Das waren dann so viele Grasdänen. Also bei 5 Spielern, sind dann glaub ich diese Blitze da. Oh ne, wir haben einen Iron Swap. Oh, Freaky ist aber gut, ne? Auf dem ist dann ein bissel 8 gehen. Max kann ich gehen in Richtung Feld. Ja, ja. Ich fand mich bis auf die dumme Aktion auch ziemlich gut. Hat ja auch gedauert. Was ist ziemlich gut? Ich fand mich bis auf die dumme Aktion gut. Achso, ja. Ja klar, keine Frage. Aber das kannst du ja nicht wissen. Wie können wir ein Crafting Table finden irgendwo? Oder warte mal, lass mal komm mal hier lang gehen. Da ist auf jeden Fall noch ne Truhe. Ja, ich bleib hier. Muss nicht den ganzen Weg laufen. Ha ha ha. Ha ha ha. Dumm, 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 dumm. On file. Yeah. Als ob du da nicht schon genug hättest. Jetzt hab ich 20 Beine. Aber wo ist es halt ungefähr? Noch in der Nähe von... Noch immer vorne. Also wir sind jetzt wieder beim Löwen. Ja. Vor allem ich hab 5 Goldbahnen. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ein... Ich hab 2 Eisen. Ein Goldhelm. Ja, wird reichen, aber ich hab mal einen Eisenhelm. Ja, wir haben einen Eisenhelm. Lass mal zu den Feldern gucken. Cool. Wollte ich ja sagen. Da wollte ich die ganze Zeit hier nicht sprinten. Warum sprintest du? Weil es sonst so lange dauert. Nehm dir das doch auf. Wird schon Nacht. Ja, es wird schon wieder Nacht. Aber die werden nicht nochmal gerestockt. Unter der Brücke ist auch ne Truhe auf der anderen Seite. Wenn ich mich richtig entsinne. Kann man verhungern? Äh, nein. Ähm. Nein, aber du kannst Leben schaden kriegen bis auf ein Herz. Ähm. Oder auf 3? Auf... Ähm... Halbes... ...Leben runter. Äh, wo bist du? Wo bist du? Ich hab dich jetzt verloren, weil ich getippt habe. Ich bin zwischen den Bäumen lang. Zwischen den Bäumen lang? Warte mal. Oh, hier liegen lauter Sachen. Hier ist jemand gestorben. Ja. Okay, irgendwas schönes? Nö. Hm. Verrottetes Fleisch habe ich hier. Ich bin hier. Ich warte hier wieder auf dich. Ja. Hm. Wollt hier mal lang. Hm. Also hier war jemand. Autosaving. Ja, Server hat ich gehört. Auto gesaved. Hier ist ne Kiste. Gesaved. Ich dachte grad, dass... Lederstiefel ist drin. Leder. Muss doch irgendwo sein. Vor allem einer, wenn einer noch stirbt, kommen Blitze. Wir sind schon altos. Hier war auf jeden Fall jemand hier. Die Tore sind auch offen. Ja, klar. Aber ich seh keinen. Und vor allem ist das bei mir auch so arsch dunkel mit den Shadern. Ja, ja. Ich seh schon noch was. Deswegen spiel ich ja extra ohne Shader. Also Survival-Games oder Hunger-Games mit Shadern ist eigentlich echt für ne Arsch. Sieht schön aus, aber mehr ist auch nicht. Hier ist... Oh, oh. Ist das eine... Das ist keine Frage. Drei Eisenbahnen? Jetzt hab ich drei. Ich hab ein rohes Hühnchen, aber das nehm ich jetzt mal nicht mit. Du hast drei Eisenbahnen? Ja. Äh, gib... Gib mir mal zwei, bitte. Dann kann ich mir Stiefel... Oh! Oh! Gut, dann lass mich das hier mal auf den Hafen gehen. Auf den Hafen? Ja. Geh mal hier lang. Jetzt müssten Blitze kommen eigentlich. Alla 30 Sekunden oder so. Oh, das ist gespenstisch hier durch den Wald. Wow! Meine Maus hakelt irgendwie manchmal. Das find ich nicht lustig. Bei mir spielt das Mausrad oft. Mhm. Das hatte ich auch mal. Jetzt hakelt einfach... Nein! Wo war das? Wo war das? Ähm... Richtung Schiff gucken. Richtung Schiff gucken? Okay. Dann hier rüber schwimmen. Wir werden auch angezeigt, ne? Ist bei allen. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Ähm... Wir bleiben außen. Würde ich sagen. Weil hier drin haben wir nicht so die Möglichkeiten zu fliehen. Okay. Falls der irgendwie mit voller... Diamantismontur... Falls die jetzt zu dritt sind. Na gut, du hast ein Diamantschwert, hallo. Aha! So. Okay. Gut, ähm... Ja, zusammenbleiben. Ist besser. Brauchst du nicht sprinten. Neb dir dein... Dein Essen auf. Wurde erschlagen. Oh... Incendainers versus BBK. Sind die zu dritt jetzt in einem Team? Oh, nee. Was hier links hoch? Ja, wir haben ein Diamantschwert. Die sind drüben, oder? Sind die auf dem Boot? Die sind drüben auf dem Sandstrand. Okay. Äh... Lass mal auf das Boot gehen. Du hast einen Pfeil und Bohrung. Du kannst die jetzt wegnatzen. Da sind sie. Da laufen sie. Die laufen die ganze Zeit so hin und her. Ah! Eingetroffen. Freaky. Freaky ist auch mit bei denen. Das ist so ein Arsch. Pass auf, ähm, nicht dass die jetzt Pfeile sammeln. Was gut ist, so kann ich jetzt wenigstens meine Zuschauer und die Map zeigen. Ja. Ja. Mach mal. Angriff? Ja, ähm, aber nicht durchs Wasser. Nicht durchs Wasser? Die gehen hier links. Dann hier lang. Links, okay. Und auf dem Schiff oder auf dem Sandstrand. Ja. Weil, ähm, im Wasser sind wir dermaßen im Nachteil. Okay. Ich bin auf dem Sandstrand. Die kommen zu mir. Die auch. Warte. Lerun, du warte. Komm schnell zu mir. Bin da, bin da. Oh, ich bin zu viel. Ähm, du vergisst dein Goldabfüll nicht? Hab ich. Was? Wie ist denn den Bogen? What? Der hat auch ein Diamantschwert. Waaaii. Oh fuck. Nein, der hat auch ein Diamantschwert. Vor allem mit einem Schlag. Ich hatte noch volles Leben. Ah. Okay. Vor allem ich hatte ein Goldapfel, ne? Der auch. So, bei dir seid ihr uns spawnen. Ja, wir spawnen. Kann man hier. Kann man hier. So, war's das jetzt? Hat jetzt einer gewonnen? Eigentlich? Oder sind die noch nicht? Bringt es zu Ende manchmal. So, er hat gewonnen. So, wer hat gewonnen? Ähm. Der Freaky. Und Beefy Player hat gewonnen. Beefy was killed? Nein, Beefy was killed. Freaky hat gewonnen. Bei Beefy Player. Der Beefy Killer was killed bei Freaky. Achso. Also, der Freaky hat gewonnen. Ah, das war knapp ey. Insane Gamers plus der Freaky. Nein, nicht die Insane Gamer haben gewonnen. Der Freaky hat gewonnen. So sieht's aus. Der war bei uns, Leute. Also eigentlich haben wir wir gewonnen. Was hat nur einer gewonnen? Dieses Chaos. Ich durfte kein Feuerzeug benutzen. Das war unfair. Aber ihr habt leider einen Fall des Survival Games Plugin genommen. Ja, das war so ein bisschen Vorberechnung. Wie auch die Chance, dass man überlebt. Ich werde es erklären lassen. Ja, das haben wir auch bei dir gewonnen. Bei wem konnte es rauschen? Bei mir nicht. Ich hätte einen Abgang und ich mein Feuerzeug nutzen dürften. Ja, eigentlich habe ich es eingestellt. Man konnte auch keinen Kuchen setzen. Das ist irgendwie komisch. Ja, das wollte ich vorher noch machen. Und vor allem, was wir am Anfang nicht besprochen haben, was überhaupt Land of Clans ist. Hey, jetzt. Ui. Ja, das machen wir dafür jetzt noch. Oder? Ja. Okay, dann machen wir das wieder auf. Hey, wo hat der Stierschwert her? Ich hatte. Gut, dann jetzt nochmal kurz leise sein. Ich erkläre nochmal ganz kurz, was jetzt Land of Clans überhaupt ist. Also Land of Clans ist ein Minecraft-Server-Pvp-Projekt. Ähm, Land of Clans wird in Teams stattfinden, wie es jetzt auch schon angedeutet war. Also wir waren jetzt eigentlich mit unseren Leuten größtenteils in einem Team. Bei BBK zumindest. Von einigen Teams waren leider nur einzelne da. In diesen Teams kämpft man gemeinsam. Man baut gemeinsam. Man, ja, kann untereinander handeln. Und es wird verschiedene Mods geben, die auch, die ich jetzt gar nicht einzeln alle nennen will. Die könnt ihr dann nachgucken auf der Mod-Seite. Die hoffentlich alle in die Videobeschreibung machen. Den Link werde ich auch euch allen nochmal schicken. Ja, es wird auf jeden Fall sehr lustig. Also es ist kein normales Mod-Pack. Es sind ein paar so zusammengestellte Mods. Und was ich vor allem sehr cool finde, ist der Archimedes-Ships-Mod, mit dem man dann Schiffe nicht nur bauen kann, sondern auch mit denen rumfahren kann. Geil. Geil. Das ist cool. Und das ist flüssig. Und das ist flüssig, ja. Wir werden die sieben Weltmeer überherrschen. Eins, zwei, drei. Tschüss! Tschüss! Oh, das war was. Das ist episch. Ja, richtig episch. Tschau. Ja, okay.